Kein Krieg war schlimmer als der Zweite Weltkrieg und um diesen geht es in diesem Video. Und damit herzlich willkommen bei Geschichte Kompakt. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. 1933 tritt Deutschland aus dem Völkerbund aus und 1934 schließen sie einen Nicht-Angriffsvertrag mit Polen. Nach außen hin tun sie auch friedlich, während sie eigentlich aufrüsten und Kriegsgedanken haben. 1935 wird aus der Reichsmacht die Wehrmacht und 1936 werden die Olympischen Spiele in Berlin veranstaltet, um ein besseres Image fürs Dritte Reich zu schaffen. Ebenso wird das Rheinland militärisch besetzt, was gegen den Versailler Vertrag verstößt und es wird ein Bündnis mit Italien geschlossen, die Achse Berlin-Rom. Im Mai 1938 wird Österreich unter Jubel der Österreicher an Deutschland angeschlossen und im September 1938 wird das Sudetenland eingegliedert. Dies liegt in Tschechien und als Vorwart nimmt Hitler dafür, dass ein Großteil der deutschen Bevölkerung da lebt. Es wird das Münchner Abkommen geschlossen, dass das Sudetenland ohne militärischen Druck an Deutschland eingegliedert wird. England, Deutschland, Frankreich und Italien entscheiden dies. Tschechien hatte kein Mitspracherecht. Deutschland Land zu geben, obwohl sie Kriegsgedanken haben, nennt man die Appel-sur-Monde-Politik. Ich hoffe, ihr habt das richtig ausgesprochen. Im Mai 1939 wird dann der Rest der Tschechischen Slowakei eingenommen. Dies passiert mit der Hilfe von Ungarn, die nun ein Bündnispartner von Deutschland sind. Es kommt außerdem zur Abspaltung der Slowakei, die allerdings auch von Deutschland eingenommen wird. 1939 erklären außerdem Spanien und Portugal ihre Neutralität, bleiben allerdings Handelspartner von Deutschland. Auch Lichtenstein wird neutral. Allerdings entscheiden diese, dass jeder der Nationalsozialist ist, aus seiner Ideologie nach ihm kann und es kommt zum Putschversuch, der zurückgeschlagen wird. Im April 1939 nimmt Italien Albanien ein und im August schießen Hitler und Stalin den Nicht-Angriffspakt und planen einen gemeinsamen Überfall auf Polen. Im September wird Polen eingenommen und zwischen der Sowjetunion und Deutschland aufgeteilt. Anlass ist ein gefälschter Angriff auf einen deutschen Rundfunksender. England und Frankreich erklären daraufhin Deutschland den Krieg. Zwischen den 30.09.39 und den 13.30.40 kommt es zum Winterkrieg zwischen der Sowjetunion und Finnland. Finnland verliert und wird daraufhin ein Verbündeter von Deutschland. Im Frühjahr 1940 kommt zur Einnahme von Norwegen und Dänemark. Der Grund ist, dass Norwegen ein wichtiger Handelspartner von Deutschland ist, da sie in Eisen liefern und England diese Eisenlieferung blockiert. Schweden ist weiterhin ein guter Handelspartner und wird deshalb nicht eingenommen. Somit hat Deutschland jetzt ganz Skandinavien unter seiner Kontrolle. Rumänien stellt sich außerdem auf die deutsche Seite. Im Mai 1940 kommt dann die Einnahme von der Niederlande, Belgien, Luxemburg und Frankreich. Diese werden überrannt und Frankreich kapituliert und wird in zwei gespalten. Der Norden wird zu einer NS-Besatzungszone und im Süden regiert das Vichy-Regime. Am 22.06.1940 annektiert Russland das Baltikum. Vom September 1940 bis zum Mai 1941 kommen es zur Luftschlacht über England. 40.000 Zivilisten sterben dabei. Im Herbst 1940 probiert Italien den Mittelmeerraum einzunehmen und scheitert. Deutsche Truppen kommen zur Hilfe und der Mittelmeerraum wird eingenommen. Im Frühjahr 1941 werden außerdem Teile Nordafrikas eingenommen. Am 01.03.1941 verbündet sich Bulgarien mit Deutschland und am 22.06.1941 kommt zur Operation Barbarossa und Deutschland greift die Sowjetunion an. Zuerst wird das Baltikum eingenommen und Deutschland erreicht fast Moskau bei ihrem Zerstörungskrieg. Gegenüber der russischen Bevölkerung kommt es zu Massenexekutionen und Zwangsarbeit, da man die Russen nicht als vollwertige Menschen ansieht. Aber auch gegenüber der französischen Bevölkerung kommt es zu Gewalt. Zum Beispiel mit Gewalt und Massaker in der SS. Allerdings kommt nun die Kriegswende. Denn am 07.12.1941 greift Japan Pearl Harbor an. Dies tun sie, da sie im Krieg gegen China sind und die USA eine Wirtschaftsblockade errichtet hat. Am 11.12.1941 kommt dann die Kriegserklärung. Die USA erklärt Japan den Krieg, Japan der USA, Deutschland, die mit Japan verbündet sind, erklärt der USA den Krieg und die USA Deutschland. Somit ist die USA nun im Zweiten Weltkrieg. Am Anfang 1943 kommt es zur Schlacht bei Stalingrad. Die deutschen Truppen werden eingekesselt und müssen aufgeben. Ein wenig später befreien die Alliierten Nordafrika und am 10.07.1943 kommen es zur Invasion auf Italien. Diese mündet am 25.07. mit dem Sturz von Mussolini und am 3.09.1943 kommt es zum Waffenstillstand und Italien scheidet aus dem Krieg aus. Im Februar 1944 ruft Goebbels den totalen Krieg aus und führt im Herbst 1944 den Volkssturm ein. Nun werden Großteile der Zivilbevölkerung, auch Frauen und Jugendliche in den Krieg einbezogen. 1944 kommt es dann zum Bombenkrieg über Deutschland, um die deutsche Kriegsmoral zu schwächen. Eine halbe Million Zivilisten sterben. Am 6.06.1944 kommt es dann zum D-Day. Die Alliierten landen an der Britannia und die Zurückeroberung beginnt. Im Frühjahr 1945 überqueren die Alliierten den Rhein und die Russen kommen von Osten. Im April 1945 erreichen die Russen Berlin und nehmen die Stadt ein. Hitler begeht am 30.04.1945 Selbstmord. Deutschland sieht daraufhin die Niederlage ein und ergibt sich. Japan weigert sich allerdings zu kapitulieren und zwei Atombomben werden auf Japan abgeworfen, in Hiroshima und Nagasaki. Letztendlich kapituliert Japan am 2.09.1945. 40 Jahre später, 1985, nennt Richard Weizsäcker diesen Tag den Tag der Befreiung. Doch ein Großteil der deutschen Bevölkerung sah dies erst nicht so. Deutschland wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in zwei geteilt und die Nachkriegszeit mit viel Leid begann. Ebenso war die NS-Ideologie noch tiefer ankert und viele Leute sahen das als Niederlage. Ich hoffe, ihr konntet das lernen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr noch weitere Themenvorschläge habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Bis dahin, ciao. Woah-oh-oh-oh-oh!